und somit hallo zu einer weiteren folge von ghostwire tokyo und zwar müssen wir gerade folge rinko zwei wege ein ziel da müssen wir mal gucken wir haben natürlich jetzt verloren keine ahnung wo aber die suchen wir jetzt gleich mal haben und wir haben noch fertigkeiten zu vergeben möchte ja noch vergeben werden und zwar hatte ich das letzte mal hier irgendwie und zwar wollte ich das da machen aufgeladen wie eine kritische treffe erhöht noch mehr tempo ich weiß es nicht ich habe da keine ahnung leute aber wir schauen mal egal auf jeden fall als könnte ich es mit der ganzen welt aufnehmen müssen wir jetzt mal suchen wo die ist die tante eine mega katze wie geil ist das denn aber keine ahnung wo ich die tante was folgen soll aber das klug coole mega katze ist mega aber wie schnell ist denn die bitte das verzeihe ich dir sicher nicht vielleicht hängt von dir jetzt gewährt es verwirrte los ins durch also wenn es dahin keinen an der klatsche hat hat spätestens jetzt einer der klatsche Die ist noch ein bisschen groß. Kein funktioniert zu haben. Hoffe ich zumindest. Los, finde sie. Okay. Und. Cuts. Sie hat sich von Rinko gelöst und ist weg. Wo ist Rinko? Oh, ein Glück. Es geht dir gut. Ja, alles gut. Was ist mit dir? Alles in bester Ordnung. Ganz sicher? Ja, für alles ganz. Und ich konnte dadurch auch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich weiß jetzt, wo der Nebel herkommt. Ich werde euch alles erklären. Jetzt? Oh, ich brauche erst was zu schreiben. Brauchst du nicht. Das Gute an meiner neuen Form ist, dass ich keinen physischen Einschränkungen mehr unterliege. Ich übertrage es einfach an euch. Den Rest müsst ihr selbst erledigen, Jungs. Neu aufgedeckte Tauri. Dann Rinko, kannst du jetzt diese Tauri sehen? Reinige diese Tauri, um den Nebel in ihrer Umgebung zu beseitigen, neue Gebiete zu erkunden. Jo. Das ist also nichts, was ich sonst die ganze Zeit auch schon mache. Bis jetzt. Warte gucken. Das ist das Beste, genau. So, also wir haben jetzt ein paar Tauri. Wir müssen nach da. Das heißt, wenn ich das hier freischalte, müsste das eigentlich da frei sein, richtig? Nehme ich aber nicht hin. Ah, los. Nehme trotzdem ein einzelner Mann an uns vor. So, Mission beendet. Zwei Wege, ein Ziel. Uff, uff, du mich auch. So, da vorne, da oben stehst Tauri. So, da oben ist es Tauri. Okay, das ist halt... Hier komme ich nicht weiter. Da komme ich nochmal nicht rein. Auch wegen dem Nebel gesp... Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da oben ist er. So, jetzt mal gucken, wie wir da rüber hüpfen. Okay, das geht nicht. Ich muss da drüben sein. Und weiter. Just for fun. Tabababababab. Oh, Leck, was war denn das? Ach, schon wieder? Geht, erledigt. Wir haben es gleich. Halt die Augen offen. Früher oder später werden sie aus ihren Löchern kriechen. Das werden sie definitiv. So, jetzt haben wir ein bisschen freier gemacht. Können wir gleich zu dem hier gehen, oder? Und wir können doch gleich was anderes gucken. Schützenkette 2. Da geht was. Da, äh, nee. Doch, Fertigkeiten. So, ich habe zwei von diesen... Von denen hier, von den Magatama. Alle hier allerdings noch nichts mit anfangen. Also, wo weiß ich nicht, wo weiß ich, was ich machen soll. Ich nehme mich da rüber und dann da rum. Oh, wieder aufschlagen. Oh. Oh. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Warum sind die so gegen mich? Ich hab denen gar nichts gemacht. Kung Fu von da! Okay, also die haben wir auch geschafft. Da muss noch mehr von ihnen sein. Kann die doch schnell mit. Wir haben auch schon mal da stehen. Doch, das ist das Blöde. Was ist das Gute? Weiß nicht. Was ist das? 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 Wo bist du Schnecke? Okay. Geht doch. Bisschen blöd, weil ich es so nicht machen wollte, aber okay. Ich hab's geschafft. Hauptsache, oder? Da wollte ich ihn ja reinigen und den. Da bin ich jetzt doof. Ich bin den wohl ich rein. Ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Ah! Den müssen wir auf jeden Fall reinigen. Wir sind ja da hoch. Wir sind ja da hinten. Und der macht ja das hoffentlich. So, also speichern wir nochmal schnell und dann gehen wir da noch hin und da aber mal weiter. Los geht's. Wir haben auch kein Zorn mehr auf dem Klo. Sind das eigentlich Geister? Was ist denn das für einer? Das sind die Dicken dann, ne? Die gehen ja auch nur mit Feuer kaputt, wenn ich das richtig weiß. Was ist das? Das war's für heute. Okay. Okay, so geht's auch. Was ist das denn? Naue Kanetsukus Kaputo. Ich hab keine Ahnung, was mir das ausspricht. Sorry dafür. Dieser Helm wurde von genau dem getragen. Ein berühmter Japanischer Samurai. Samurai kennen wir. Okay, dann haben wir schnell diese Dinger weg und dann geht's gleich weiter. Hallo, ruft ran. Also den einen Tempel da oben haben wir auf jeden Fall noch, um rauszufinden, wie es weitergeht. Ist ja ganz schön laut, muss ich sagen. Jetzt müsste der hier sein, oder? Sind das so aus, wird auch da hoch. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Boah, der Einer geht drauf. Ah, der Einer fließt auch. Mehr. Haben wir mit dem Pfeil reingeschissen und schon ist die Sache erledigt. So muss das sein. Hahaha. Einen Bogen, damit kennen wir aus. Wie willst du spenden? Wie willst du spenden? Hey, hör auf. Der Kette. Okay. Das war's. So, dann gucken wir mal hier. Aha. Schreien laden. Oh, wir haben das frei. Wir haben das frei. Das heißt, beim nächsten Mal könnten wir die Hauptquist weitermachen, ne? Ich glaube, das machen wir dann auch beim nächsten Mal. So, ich würde nämlich sagen, wenn man hier jetzt mal einen Schluss, ich danke euch nochmal fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal natürlich wieder dabei. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Und denkt bitte an das Däumchen nach oben. Würde mich sehr freuen. Bis bald.